Ich habe ja jetzt schon die böse Befürchtung, dass hier unten auch Monster spawnen. Hm, ist das schön. Naja, okay. Das ist doch die Herausforderung, auf die wir schon alle gewartet haben. Wie zum Beispiel, warum habe ich kein Essen dabei? Alter, ich bin so unvorbereitet. Besser geht es ja schon fast nicht. So, machen wir erstmal Stäbchen. Habe ich hiervon ein paar... 2x64, dann mache ich mir eine Werkbank. Denn hier braucht man eh eine, so zack. Zack, habe ich gesagt. So. Nach einem kleinen Ruckeln kann ich dann auch hier irgendwo die Werkbank platzieren. Das mache ich mal hier so freundlich hin. Dann haben wir auch ein bisschen das Feld hinter uns im Blick. Und ich habe natürlich... Alter, das geht ja schon wieder gut los. Kein Material, wo draus ich eine Schaufel machen kann. Alter, ich bin skrupellos. Ich bin skrupellos. Verpiss dich von meinem scheiß Acker. Mist, jetzt habe ich mich selbst beleidigt. Egal! So. Ähm, kein Bling? Okay, dann kein Bling. Alter, der Endermann, der hier rumschwirrt, ist auch echt ätzend. So. Zack. Zwar sind dann auch die Sachen, die noch in den Trichtern waren, verschwunden. Aber wie gesagt, das ist glaube ich zur Verkraftung. Wo wir gerade beim Craften... Was ist das denn? Ach, ich glaube das ist einer dieser... Dieser, 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 dieser Quallen. Also, falls wir mal Quallen fischen gehen sollen, ruft... Spawn Schwab. Ähm, ich muss mal sagen, bei uns spawnen viel zu viele Viecher. Alter, ich will mehr anderes Tierzeugs als immer nur Kühe. So. Was haben wir denn hier? Eine Axt, eine Axt, eine Axt und eine Axt und eine Axt und eine Axt. Ja, schön. Äh, ja, ich weiß, ich habe jetzt sieben Axte mehr erwähnt, als wir wirklich hatten. Aber, naja. Wir müssen erstmal Stein abbauen und hoffen... Alter, das ist da viel zu dunkel. Ich will da nicht Stein abbauen, da spawnen ein Viech. Und eine Wutz. Ich will da nichts tun. Ja, da kannst du noch so quieken. Aua! Aua! Alter! Alter, die... Alter! Hör auf zu schra... Oh, das ist so gemein. Alter! Quiekt das Ding! Ohohoho! Schwede, das tut weh im Ohr. Was haben wir denn da gesammelt? Rattenfleisch. Hm. Lecker. Haben wir... Nein, wir haben keine. Stäbchen. Hm. Habe ich schon mal gesagt, dass ich jetzt hier nicht arbeiten will? Wir werden hier arbeiten. Wir werden hier arbeiten. So, naja, gut. Dann versuche ich es einfach mal. Wir brauchen nämlich ein bisschen Stein. So, da kann hier auch der Sand runter... Äh, der Kies natürlich. Der Kies! Jetzt wird es hier noch dunkler. Komm, die eine Fackel können wir doch woanders hin platzieren. Zack. Machen wir hier ein bisschen nicht. So. Sieht doch schon. Besser aus. Ja. Zumindest im Lichtverhältnis sieht es jetzt auf jeden Fall besser aus. Ich weiß, es ist ein bisschen ruhig. Es ist mir auch schon fast zu ruhig, wenn keine Musik im Hintergrund läuft. Aber bei der Aufnahme wollte ich das einmal machen. Ähm, ja. Bei der nächsten Aufnahme wird das auch wieder sein. Ich muss immer ein bisschen rum experimentieren. Und da bieten sich so fünf Minuten so testhalbe nicht so richtig an, weil ich ja nicht aufnehme und immer wieder aufnehme und irgendwas mir ausdenken. Beim Erzählen ist ja auch nicht so schön. Da dachte ich mir, komm, verbindest du das Praktische wieder mit dem Nützlichen und nimmst du das direkt mal so auf und entschuldigst dich dann tausendmal eben in der Folge dafür, dass es so ist, wie es ist und hörst dann irgendwo ein Schwein. Okay, nach den Geräuschen zuerteilen. Ich hoffe, das ist auch bei der Aufnahme ein bisschen besser. Aber ich befürchte nicht, dass der Ton, der vom Spiel kommt, synchron mit dem Video ist. Ich weiß, wie gesagt, nicht warum das so ist. Hab mich jetzt auch ein bisschen durch vorne gekämpft und ein bisschen mich versucht, schlau zu lesen, aber da war nichts darüber. Da hab ich nichts gefunden, warum das so ist. Es ist wahrscheinlich so ein Prinzip, es passiert und wenn es passiert, passiert es. Und das ist einfach irreparabel oder ist nicht wirklich aufgetreten, das Problem. Oder so einfach zu lösen, dass ich einfach selbst nicht drauf komme und das niemand im Internet gepostet hat. Wie auch immer, zumindest kann ich da momentan nichts machen. So, zack, zack, zack. Den Stein lasse ich einfach aus Prinzip, weil da die Fackel dran ist und ich hier ein bisschen Angst habe vor Monstern. Ja, ich hab Angst vor Monstern. Vor allem wenn sie Kripp heißen. Und ein Zombie. Okay. Allein deswegen hab ich mir schon überlegt, das könnte man wirklich gut bringen mit dem Harrowbeen. Also diesem Pseudo-Typen, der hier vielleicht drin vorkommt. Das ist ja auch so ein legendärer Mob aus Minecraft. Oder ich weiß nicht, ob man den als Mob bezeichnet. Dafür weiß ich wieder zu wenig über den. Vielleicht ist er ja auch nur ein Charakter. So. Auf jeden Fall braucht man erstmal Cobblestone. Und ein Loch in der Wand. Scheiße. Das war... Nein. Egal. Komm, jetzt hab ich schon mit einem Loch versehen. Jetzt lassen wir es einfach. Komm. Dafür muss ich jetzt umso vorsichtiger... Vorsichtiger sein, wann hier irgendwas ist. Alter, die Skorpione... Was ist das da? Alter, das darf doch jetzt nicht... Nein! Alter! Geh weg! Ich sag jetzt nicht umsonst, Alter, geh weg. Wir haben Schlangen. Ich find's klasse, aber... Warum ist man jetzt so viel... Wir haben Kühe und gefährliches Viechzeug. Ich muss da gucken, ob ich das nächste Mal ein bisschen runterschalte. Geh weg. Aber ich glaub, die Schlangen sind zu lang friedlich, solange man sie in Ruhe lässt oder nicht zu nahe kommt. Also bisher gefällt mir das ja ganz gut, muss ich ja sagen. Auch wenn wir hier grad so ein Golem direkt neben unserem Häuschen hatten, was ich sehr unschön fand. Aber dafür haben wir jetzt unsere kleine Farm hier. Alter, was wir hier für Monster haben, ist ja unfassbar. Aber es macht auf jeden Fall schon mal Spaß. So, und ab ins Bächchen. Alter, die Sonne ist doch schon fast untergegangen. Lass mich schlafen, du Bett! Du kannst nur nachts schlafen, 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 du kannst nur nachts schlafen. So, ich wollte vielleicht mein Bett aufschlagen. Mensch, dann denkt das Spiel nicht mit. Das meint immer Dreck, wenn wir aufs Bett hauen. Wir wollen schlafen, ich muss aber eben was trinken. Weil ich grad einen trockenen Mund krieg. So, und was ich auch gerne machen würde, wir hatten doch hier, hatten wir hier das Werkzeug, nee, wir hatten drüben das Werkzeug, ne? Ja, hatten wir, scheiße. Ich würde nämlich gerade mal was machen. Ach, wir müssen ja eh ein wenig Werkzeug machen. Da können wir hier auch mal ein paar Schaufeln anlegen. Ungefähr so, zack, eine Schaufel und zwei Schaufeln, drei Schaufeln, ein Ei zur Seite und dann noch eine weitere Schaufel. Und dann noch zwei Äxte, weil ich mal eben was machen will und dann haben wir noch eine als auf Reserve, falls ich noch ein bisschen mehr was machen will. Dann... Na, komm, zack. Übrigens finde ich diese drehenden Items, ich weiß jetzt nicht, ob man das sieht, nee, ist bei dem nicht, aber bei dem hier müsste es sein. Nee, das ist ja standardmäßig schon ein drehendes Item. Hierbei ist das. Nee. Komisch. Auf jeden Fall, es gibt ja Items, die sich so ein bisschen drehen. Das finde ich ganz hübsch. Und was ist das da hinten? Schon wieder ein Skorpion. Ich glaube, jetzt wird unser Sumpfbion uns nochmal zum Verhängnis. So, was ich machen wollte, ist nämlich hier mal ein bisschen Aussicht schaffen, indem ich diesen Baum hier wegsemmel. Ich weiß, ihr merkt schon, das ist heute ein bisschen unplanmäßig, was ich mache. Einfach spontan ein bisschen gucken. Lag aber auch jetzt mit da dran, weil ich erstmal gucken möchte, wie das mit den Monstern ist. Oder beziehungsweise mit den neuen Meermonstern sozusagen. Den Meertieren, die wir hier haben. Da muss ich mich erstmal ein bisschen reinfinden. Bin ja selber nur an die normalen Monster und an die Mobs gewohnt, die es bei Minecraft gibt. Da weiß ich ja ehrlich nicht, wie das hier ausbalanciert ist oder wie stark die sind. Da muss ich einfach ein bisschen gucken. Aber zumindest weiß ich ja aus dem ersten Testdurchlauf, wo ich ein bisschen im Kreativmodus so eine Map generiert habe, dass die Ogre und diese Golems verdammt scheiße stark sind. wird dies auch nicht gutpumiert. Wenn man die Mplay Molten hat, wird es sich ja fürs Geheimd zu spüren und die Gefühle sogar m NO coffee. nicht sticken irgendwas laber geschwätzt My gosh is it's a magnificent snake that there So aber ich muss mal gucken könnte das gut aussehen ich würde den baum Ach komm mach ich den auch noch weg oder oder apfel Ich muss zum apfel mich hält nichts davon ab ob schlange oder Skorpion mich hält davon nichts ab ein apfel so ich bin am überlegen ob wir den hier auch noch was wegsauen ach komm mach mich weg Meine hand ist schneller als mein kopf denken und reden kann gerade ich handel schon bevor ich überhaupt was Klausibles dazu gesagt habe so erdknummel noch weg dann haben wir nämlich hier so eine schöne aussicht mit dem paar bäumen da vorne und dann Oh Gorgeous Was haben wir denn hier noch Schaf also was macht hier so ein radau Was Was Endermann Alter warum spawnt der so oft Oh Oh my goodness Wenn der hier einen block klaut ich gehe sowas von auf den los den knaben Dann zeige ich dem mal was ein endermann ist Was ist denn der jetzt Übrigens ist mir irgendwie aufgefallen die machen momentan immer den mund auf auch wenn man die nicht gesehen hat Die sind irgendwie immer angepisst die leute Die leute die viecher die Endermann So was ich ja machen wollte wir müssen Stein brennen ja Wir brauchen noch mehr stein mit den 64 die wir haben kommen wir nicht aus wobei Oh Man was ist denn heute mit mir los wir haben doch steine dabei ich weiß auch nicht Ich bin wohl mehr auf die neuen tieren fixiert als auf das vorhaben hier So Denn ich weiß nicht ob ich auch sowas wie Baustellen hopping machen soll also hier was anfangen dann da was anfangen einfach so ein bisschen wechseln Fände ich persönlich nicht so schlecht als idee nur weiß ich nicht Ob ihr das wollt oder Ob da einfach ein bisschen mehr Abwechslung rein kommt als wenn ich hier fünf stunden lang oder Es sind ja mittlerweile glaube ich zehn aufnahmen Alter irgendwie stimmt doch was hier nicht Wenn ich zehn aufnahmen immer an derselben baustelle hänge Alter was bin ich gerade wieder geschickt mit der maus Ja das kann ich nicht anders deuten So in der zwischenzeit können wir ja jetzt erstmal unser häuschen weitermachen Unser lagerhäuschen So und die pistens vielleicht mal in den boden rammen Wäre auch mal nicht so eine schlechte idee außer die sonne ist im mittags Horizont und ich sollte vielleicht irgendwann Oh man oh man oh man oh man Ja ich bin richtig unvorbereitet ich bin schon gar nicht mehr gewohnt mit monstern zu spielen Ihr merkt schon das wird eine ganz ganz grandiose Aufnahme das ist jetzt schon Schön zu sehen Das ist übrigens auch schön zu sehen Der hat sich ganz schön in den boden gesetzt Der Typ Die Sau die Sau der Sau der Säuler Der Apfel Aber ich brauche Brot Kein Brot kein Brot Aber Äpfel Haben wir hier Brot Ne aber 47 Weizen 47 11 Kölnisch Weizen So was ist das denn Moment was ist das Achso Schwarzpulver okay Gut dann machen wir uns halt Brot aber an der Werkbank Den Apfel lege ich mir oben drauf als gesunde Nachspeise So Einmal Brot machen Hier zack Der Rest kam wieder ins Inventar So Apfel in die Hand und erstmal ein Äpfelchen gegessen So Wieder raus Dann ist hier eine Eine Begebung So und jetzt ist unser Leben wieder aufgefüllt Jetzt können wir auch wieder normal handeln Gehen und Denken Tun Und Was wir nicht sonst noch einzufahren So jetzt trinke ich nochmal was Also ich persönlich und laufe in der Zwischenzeit Etwas unbeholfen ohne Maus aber Naja man kommt voran So und da bin ich auch schon wieder Waren nur wenige Meter Und es ruckelt ein bisschen das stört mich Aber das ist nicht so gravierend ist nur die Framerate Die so ein bisschen sagen wir mal Einbuße hat So aber ich muss nochmal Zwischendurch ich muss einfach nochmal gucken Wie gesagt ist eine Testaufnahme Maximale Frames Da kann ruhig ein bisschen mehr Power reingehen Ich weiß das bringt wahrscheinlich nicht so viel Aber zumindest habe ich es jetzt ein bisschen Flüssiger Das seht ihr nicht das sehe ich aber nur Deswegen seht ihr es ja nicht So Apropos Ich würde ja gerne auch so eine Mod installieren Aber ich weiß nicht wie die heißt Hier hat der Grond mal erwähnt Dass sich Pflanzen zum Beispiel selbst vermehren Also Pflanzen wachsen von alleine Die Begehung hier ist ja gar nichts Das geht gar nicht Leute Das ist Aber wir müssen den Acker nur umflügen Dann hat sich das glaube ich auch gegessen So Aber wir wollen ja hier erstmal die Pistons reinhauen Müssen wir hier reinhauen Ich muss mal kurz Nein Strömung Scheint aber richtig zu sein Alter ich will den Ach jetzt habe ich alles mögliche in der Hand Aber keine Erdknubbel Boah die Kuh macht aber auch ein Radau gerade Ich muss mich da erstmal dran gewöhnen Ähm Zack so Doch geschlossen Gut hier sind wir richtig Zack Hier so ein Rotzpisten hin So Dann könnten wir theoretisch Wenn mal genug Ich bin noch unschlüssig was es hier nicht noch so für Monster gibt Ich habe nur ein paar davon gesehen Und die sind schon richtig interessant also Und sehr stark zum Teil sehr stark Naja Auf jeden Fall bin ich noch sehr gespannt was mich hier erwartet Deswegen bin ich immer so ein bisschen Naja Auf der Pirsch Was es hier noch so gibt So Zack Einmal hier durchgegraben Und ähm Festgestellt Hier bin ich noch falsch Hier bin ich richtig Ähm Aha Okay Gut dann habe ich hier einfach schon mal was raus Wenn wir so niedrig gegangen sind schon Nö Können wir ja hier schon mal ein bisschen Erde abgraben Und das dann in unser schönes Lagerhaus verfrachten Damit wir eventuelle Kunstwerke noch draus formen können So Ich muss ja sagen Bei Minecraft war ich einer der Typen der eigentlich nie Mods verwenden wollte Aber wie ihr jetzt seht ich benutze Mods Und ich muss ganz sagen Äh Ich bedauere es ein bisschen nicht eher damit angefangen zu haben Ist nämlich richtig cool Habe ich jetzt nicht erwartet Warum ich es nicht verwendet habe weiß ich ehrlich gesagt auch nicht Das war wahrscheinlich der Hintergrund Das ja ich weiß ich verwende jetzt hier die Steinziegel lieber für das Lagerhaus verwenden Würden könnten Etc 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 PP Ähm Aber Ich wollte eigentlich das hier machen Zack So Das nochmal aus dem Boden geschaufelt Aber Ich weiß nicht Ich war mir nicht unschlüssig ob die laufen Und dann gab es ja auch eine Zeit lang sehr häufig Updates für Minecraft Und da hatte ich jetzt auch nicht immer Lust alte Versionen zu spielen Aber mittlerweile fängt sich das ja so ein bisschen So wie ich mich fangen sollte ins Bett zu begeben Denn die Nacht bricht schon wieder herein So Ach komm machen wir hier auch noch Stein rein Nein Wieso ich hab Alter Zack Zack Wieso hab ich denn jetzt den Repeater da abgerissen Naja Zumindest können wir dann hier die Felder Bauen Und dann Komm mal Stück für Stück voran So Jetzt auf ins Bettchen Sonst äh ne Ist der Creepermann nicht der letzte den wir sehen Äh naja hoffentlich Nicht nur So Ich weiß nicht ob es ob das diese Mod oder dieser Modloader der Zusatz Oh ein Rochen Ähm So heißt aber Was ist das Cool wir haben einen Wolf Und einen Creeper Und noch einen Wolf Und alle sind gegen uns Zombie Wo bist du längst hier ab Ich muss hier rauf Ich muss eh mal zwei Wege bauen Weil jetzt mit den Monstern ist es ein bisschen schwierig Hier einen Ausweg zu finden So Ich hoffe wir haben keinen am hinter Alter da oben ist schon wieder ein Endermann Wenn der hier was ändert man Dann bin ich aber echt dran Ja die Aussicht ist ja ganz nett Also finde ich schon nicht schlecht So und gute Nacht So und So und So und So und